Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns nochmal mit diesem IfNotNull genauer beschäftigen, denn ich habe euch letztes Mal nur einen kleinen Teil davon gezeigt, und zwar was oder dass ein Statement eben nur ausgeführt wird, wenn etwas nicht Null ist. Nun kann ich das allerdings auch anders machen, und zwar ich kann hier sagen, ich kann hier sogar noch mehr machen, und zwar wenn ich jetzt hier das hier nur ausführe, also ich zeige euch das mal ganz kurz nochmal wie das aussah, da kommt einfach ein Null bei raus, wenn ich das hier jetzt allerdings ausführe, dann steht da trotzdem Null. Das finde ich nicht so cool, weil das ist im Endeffekt mein String, der ausgegeben wird. Ich möchte etwas tun, falls mein String Null ist, und das ist hier gegeben, wenn ich ein Fragezeichen Doppelpunkt schreibe. Das heißt Fragezeichen Doppelpunkt, und dann kann ich hier hinten dran eingeben, was ich gerne ausgeben möchte, und zwar String ist Null. Das ist ein super praktisches Shortcut sozusagen, und damit kann ich quasi sagen, okay, wenn hier vorne ein Null rauskommt, dann gib nicht die Länge aus, sondern gib aus String ist Null, und falls das da vorne nicht Null ist, dann gib bitte die Länge aus. Das heißt, ich zeige euch das mal eben, hello world, wenn das hier jetzt, das ist ja offensichtlich nicht Null, wenn das jetzt so steht, dann haben wir hier die Länge ausgegeben, das heißt wir haben hier die Länge 11. Und ja, das ist eigentlich relativ angenehm, muss ich sagen, denn so kann man sich wirklich einige Zeilen Code sparen, aber das ist natürlich nur eine von mehreren Dingen, die ich mit dem isNotNull verbinde, also mit diesem Operator Fragezeichen hier. Ich kann das natürlich auch anders formulieren hier, und zwar kann ich einfach mal Length ausgeben, und kann hier sagen, Length, äh, ja, war Length ist gleich. So, das heißt, ich habe hier quasi mein Shortcut, wenn mein String nicht Null ist, dann gibt die Länge aus, also die Länge von diesem String, ansonsten nehmen einfach bitte die Null. Und ja, wir sehen hier, okay, wir geben hier 11 Grad aus, beziehungsweise wenn das Ding eben Null ist, dann geben wir hier Null aus, und das ist diese Null hier hinten. Wenn ich das jetzt hier wegmache, gucken wir einfach mal ganz kurz rein, dann passiert folgendes, dann steht hier nämlich Null in meiner Variablen Length, und wenn ich das hier so definiere als Integer, dann steht hier plötzlich, oh, ähm, du, das ist nicht unbedingt ein Integer, das ist ein Int-Fragezeichen. Und Int-Fragezeichen ist es deswegen, weil hier eben ein Fragezeichen steht. Das heißt, dieses Statement hier gibt auf jeden Fall, also das Statement hier gesamt, könnte auf jeden Fall ein Int ausgeben, denn Length ist ja ein Int, aber wenn mein String eben Null-Able ist, mit diesem Fragezeichen hier oben, dann muss auch alles, was ich darauf aufrufe, Null-Able sein. Das heißt, dieser Int hier, der ist nur eventuell ein Int, er kann eben auch Null sein, wie eben in diesem Fall. Während wenn ich natürlich das hier mache, dann kann dieser Int hier, also dann ist es wirklich eine Zahl, denn falls das ganze Ding hier Null wird, dann ist es ja Null, das ist eine Zahl, und falls das Ding nicht Null ist, dann kriegen wir einfach die Länge zurück, sprich, wir kriegen die richtige Länge. Und so kann ich quasi wieder wegkommen von meinem Fragezeichen-Typen und tatsächlich echte Typen bekommen, die nicht Null-Able sind. Ja, ziemlich praktisch das Ganze, muss ich schon sagen, und es geht sogar noch weiter. Das hier hinten, das ist nicht unbedingt ein, ähm, ich mache mal hier eine Length 2 draus, das ist nicht unbedingt eine Zahl, die hier ausgegeben werden muss, sondern ich kann das hier auch zu einem In-Frage-Zeichen machen und kann sagen, hey, ähm, eventuell kann ich hier hinten auch ein Statement ausführen und das funktioniert auch wunderbar. Printline, wobei das natürlich hier, ah ja gut, das wird jetzt hier nicht funktionieren, ähm, denn Printline gibt mir natürlich eine Unit zurück und kein In-Frage-Zeichen. Das heißt, ich kann hier nichts reinschreiben, ähm, das heißt, das funktioniert leider nicht so ganz. Ähm, aber ich kann was anderes machen und zwar kann ich hier sagen, okay, ähm, ich habe hier zwar meine Zuweisung und ich möchte Code ausführen, der nur dann ausgeführt wird, wenn dieses Ding hier, ähm, wenn mein Int-Sekunde, wenn mein Int eben nicht Null ist. Das heißt, ich kann hier sagen, Length 2 Fragezeichen, also falls dieses Ding hier nicht Null ist, das ist im Endeffekt das, was da steht, Punkt Let, und jetzt kann ich hier drin Code ausführen, der komplett faszinierend sein kann, also da könnt ihr alles reinschreiben, was ihr wollt. Ahm, zum Beispiel Printline, ahm, wir können einfach hier mal Length 2 reinschreiben und dann können wir Printline, yay, Length 2 ist sicher nicht Null. So was können wir hier zum Beispiel machen. Also wir haben noch nicht wirklich viel gelernt, was man hier machen kann. Ihr könnt natürlich irgendwelche Berechnungen ausführen oder von mir aus könnt ihr auch ein komplettes Schachspiel da reinpacken. Ähm, das kann man da durchaus auch mal brauchen. Genau, weil da arbeitet ihr ja auch mit Nutzeingaben. So, was wir jetzt hier bekommen, ist erstmal natürlich diese Length hier oben, die wir ausgegeben bekommen, die kommentiere ich mal aus, damit sie nicht ausgegeben wird. Und ja, jetzt sehen wir hier, okay, es wird nichts ausgegeben. Warum wird nichts ausgegeben? Naja, ganz einfach, wir schreiben hier in unsere Length 2 ein Infragezeichen, der eventuell Null sein darf. Naja, ähm, und was jetzt hier passiert ist, mein String wird erstmal überprüft, ist das Ding nicht Null? Naja gut, es ist leider Null, also wird in Length 2 Null reingeschrieben. Blöd gelaufen, ne? Okay, das heißt, wir schreiben hier Null rein oder die Länge, je nachdem, was wir haben. Und wenn das Ding hier nicht Null ist, also wenn auch dieser String hier nicht Null war, dann führen wir diesen Code aus, aber nur dann. So, das zeige ich euch mal ganz kurz am Beispiel von dem hier. Jetzt ist der String zwar leer, aber nicht Null. Null und leer sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das ist ein absolut valider String, ähm, der hat einfach keinen Inhalt. Das ist einfach leerer String, faszinierend und absolut useless, aber durchaus ein valider String. Und wir sehen hier, die Länge davon ist offensichtlich gleich Null, was ja auch stimmt, also da ist ja kein Zeichen drin, ja. Und unten drunter sehen wir, yeah, Length 2 ist sicher nicht Null, das ist diese Zeile hier. Das heißt, dieser Codeblock hier wurde ausgeführt, also sprich, Length 2 war nicht Null und somit war auch mein String nicht Null und so weiter und so fort. Ja, so kann man das machen und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Mechanic, damit man hier sich einige Zeilen Code sparen kann. Also im Endeffekt spart man sich diese Überprüfung mit if, wobei die natürlich innerhalb von Kotlin so implementiert wurde. Genau, und das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.